Am 23. April 1994 findet eine Mitarbeiterin des Inokashira Parks in Tokio in einem Mülleimer eine Plastiktüte. Die Parkmitarbeiterin ist irritiert vom intensiven Geruch der Tüte und öffnet sie deshalb mit ihren Kollegen. Sie finden darin einen menschlichen Knöchel. Bitte denkt daran, den Kanal zu abonnieren und ein Like dazulassen, falls euch das Video gefällt. Die herbeigerufene Polizei findet in sieben Mülleimern im Park insgesamt 27 Körperteile, darunter zwei abgetrennte Hände ohne Fingerkuppen, zwei Füße, eine Schulter, der Knöchel und Teile des Rumpfes. Obwohl Kopf, Brust und Genitalien der Leiche nie gefunden werden und die Fingerkuppen fehlen, können die Überreste drei Tage später anhand von DNA, als der 35-jährige Architekt Seichi Kawamura identifiziert werden, der direkt am Inokashira Park wohnt und zuletzt am Abend des 21. April gegen 23 Uhr lebendig gesehen wird, also zwei Tage vor dem Fund seiner Überreste. An dem Abend hat er eine Karaoke Bar mit einem früheren Arbeitskollegen besucht, nachdem er mit seinen Eltern zu Abend gegessen hat. Am nächsten Tag wird er von seiner Frau als vermisst gemeldet. Nach den fehlenden Körperteilen wird intensiv gesucht, zum Beispiel mit Tauchern im See des Parks, aber es wird nichts mehr gefunden. Die Körperteile wurden mit einer Motorsäge zerschnitten und haben alle eine Länge von exakt 20 Zentimetern. Die genaue Größe, die in die Mülleimer des Parks passt. Die Plastiktüten mit den Leichenteilen sind exakt auf die Größe jeweils eines Parkmülleimers zugeschnitten, was für eine sorgfältige Planung der Tat spricht. Das Blut ist vollständig aus den Körperteilen abgelassen worden, was bedeuten muss, dass der oder die Täter umfangreiche medizinische Kenntnisse haben. Aufgrund von inneren Einblutungen ist es möglich, dass Kawamura zerschnitten wurde, als er noch lebte. Die Tüten, in denen die Leichenteile verpackt sind, sind doppellagig und haben ein Drainagesystem. Sie sind nach einer Methode doppelt gefaltet und zugeknotet, die normalerweise Fischer benutzen. Obwohl alle Freunde und Bekannten von Kawamura intensiv befragt werden und seine Wohnung gründlich durchsucht wird, ergeben sich keine Hinweise. Unbestätigten Augenzeugenberichten zufolge wird Kawamura gegen Mitternacht des 21. April in Begleitung von zwei Männern im Park gesehen. Zuvor wird er alleine von Zeugen gesehen. Allerdings sind die Orte, wo er gesehen wird, nicht an seinem üblichen Heimweg. Ein Zeuge sagt auch, dass er gesehen habe, wie Kawamura von den Männern im Park geschlagen wurde. Am 22. April fallen in einem Laden nahe am Park zwei Männer auf. Sie betreten den Laden getrennt voneinander und kaufen jeweils eine große Anzahl Müllsäcke, aber nichts anderes. Es sind Müllsäcke der gleichen Marke, die auch im Park gefunden werden. Gegen 4 Uhr morgens am 23. April werden erneut zwei Männer gesehen, die den Park betreten und eine Plastiktüte tragen. Der Inokashira Park in der Nähe des Bahnhofs Kichioji ist sehr groß. Er hat einen See zum Boot fahren und es ist generell immer recht viel los. Es dauert etwa eine Stunde, den Park zu Fuß komplett zu durchqueren. Die Reinigungsleute des Parks können mit Sicherheit bestätigen, dass die Müllsäcke mit den Körperteilen am 22. April noch nicht in den Mülleimern waren. Es entwickeln sich zahlreiche Theorien, was passiert sein könnte, aber die Polizei kann diese weder bestätigen noch ausschließen. Die erste davon ist, Kawamura wurde von einem Auto angefahren und die Unfallfahrer entsorgten seine Leiche, anstatt den Unfall zu melden. Diese Theorie beruht auf Zeugenaussagen, die ein Aufprallgeräusch kurz nach Mitternacht am 22. April in der Simonstraße gehört haben. Zusätzlich werden in der Straße Scherben, die von einer Windschutzscheibe stammen können, gefunden. Da die Leichenteile erst am 23. April gefunden werden, ist es natürlich möglich, dass Kawamura nach dem Unfall mitgenommen, im Haus der Täter zerteilt und dann in der nächsten Nacht zurück in den gleichen Park gebracht wird, in dessen Nähe die Zeugen auch das Aufprallgeräusch gehört haben. Also theoretisch möglich, aber in der Praxis, naja, das würde ja unter anderem schon mal voraussetzen, dass der oder die Täter auch in der Nähe des Parks wohnen, sonst hätten sie die Leichenteile auch an einem anderen Ort entsorgen können. Außerdem muss ein Beteiligter die entsprechenden Fachkenntnisse gehabt haben, um die Leiche so gleichmäßig zu zerteilen und das ganze Blut abzulassen. Dass die Leiche von den vermeintlichen Unfallfahrern vor Ort zerlegt wurde, kann man im Prinzip ausschließen. Denn wer hat schon ständig eine Motorsäge dabei und wie will man die unterwegs benutzen? Der ganze Prozess des Zerteilens und des Ausblutens der Leichenteile hätten viel zu lange gedauert, um das mitten in Tokio in einem Park unbemerkt durchzuführen, selbst bei Nacht. Außerdem, wenn diese Theorie korrekt sein sollte, wieso hat der Unfallfahrer die Brust, Genitalien und den Kopf dann nicht auch entsorgt? Dann gibt es die Möglichkeit, dass Kawamura ein Zufallsopfer war, von einem Täter, der aus Mordlust getötet hat. Die Tatsache, dass bestimmte Körperteile fehlen, sowie dass die Fingerkuppen an den Händen fehlen, deuten allerdings darauf hin, dass die Identifizierung des Opfers vermieden werden sollte. Wenn man von der Annahme ausgeht, dass es ein Auftragsmord war, weil er zum Beispiel in irgendetwas verwickelt war, könnte man die Autotheorie wieder mit ins Spiel bringen, da er absichtlich überfahren worden sein könnte, um ihn nicht aktiv töten zu müssen. Allerdings ergeben die Ermittlungen in seinem Umfeld überhaupt keine Hinweise darauf, dass Kawamura in irgendwelche kriminellen Geschäfte verwickelt war. Dann gibt es noch die Theorie, Kawamura hätte der berüchtigten Sekte Om Shinrikyo angehört. Eine Gebetsstelle der Sekte ist in Suginami, ganz in der Nähe des Umwegs, den Kawamura am Abend seines Mordes einschlug, um nach Hause zu gehen. Die Sekte, die in den 90ern stetig in Bekanntheit und Mitgliederanzahl wächst, betreibt ein Institut, die sogenannte Aleph-Klinik. Die dort beschäftigten Personen verfügen alle über medizinische Kenntnisse, sind aber überwiegend keine Ärzte. Die Aleph-Klinik sollte man nicht Klinik nennen. Vielmehr sind dort eine Reihe experimenteller Dinge geschehen, wie zum Beispiel die Durchführung von sekteninternen Behandlungsmethoden. Aufgrund der Fachkenntnisse der wissenschaftlichen Mitarbeiter gehen einige Leute von der Theorie aus, Kawamuras Leiche wäre dort zerteilt worden. Warum aber die Leichenteile danach öffentlich im Park entsorgt worden sein sollen, wird bei dieser Theorie nicht ganz klar, da ein medizinisches Institut sicher andere Optionen zur Beseitigung gehabt hätte. Eine weitere sehr interessante Theorie, die in letzter Zeit von vielen Medien aufgegriffen wird, entsteht im Jahr 2015, 21 Jahre nach dem Mord und 6 Jahre, nachdem der Mord bereits verjährt ist. Ein Mann aus der Gegend, wir nennen ihn C., der zur Zeit des Vorfalls ein Lager in Kichioji in direkter Nähe von Kawamuras Wohnung direkt am Inokashira Park besitzt, sagt aus, er sei mehrere Male von bekannten Kawamuras mit Kawamura verwechselt worden, da er ihm offenbar ähnlich sehe. C., der 1994 mit Waren am Inokashira Park auf der Straße handelt, stört offenbar regelmäßig die Geschäfte von einigen anderen Straßenhändlern, die sich seiner Meinung nach nicht an die Regeln halten. Besonders abgesehen hat er es auf Ausländer, im speziellen Koreaner, die ohne Genehmigung verkaufen. C., der Beziehung zur Yakuza hat, nutzt seine Kontakte, um Druck auf die koreanischen Händler auszuüben. In Wirklichkeit sind diese Straßenhändler aber nordkoreanische Geheimdienstmitarbeiter, die versuchen, getarnt Informationen zu sammeln. Nachdem C. merkt, dass er sich in Schwierigkeiten gebracht hat und sich plötzlich von verschiedenen Personen beobachtet fühlt, vermeidet er es, sein Lager in Kichioji zu besuchen. Und wohnt für einige Zeit in einem Hotel in Tokio. Dort sieht er einen Fernsehbericht über den Mord im Inokashira Park, in dem ein Foto von Kawamura gezeigt wird. C. sieht selbst die große Ähnlichkeit zwischen sich und Kawamura und es läuft ihm kalt den Rücken herunter. Er ist überzeugt, dass die Täter es eigentlich auf ihn abgesehen hatten. Diese Angaben macht C. aber erst im Jahr 2015. Und zwar, nachdem mehrere Mitglieder seiner Familie ermordet und deren Leichen zerstückelt wurden. Leider ist über diese Morde nichts bekannt. Weder, welche Familienmitglieder von C. ermordet wurden, noch wo er selbst zu dieser Zeit gewesen ist und so weiter. Die einzige Information ist, dass auch diese Morde unaufgeklärt sind. Wenn man davon ausgeht, dass Kawamura tatsächlich einer Verwechslung mit diesem Mann zum Opfer gefallen ist und von einem nordkoreanischen Geheimdienstagenten getötet wurde, kann man weiter davon ausgehen, dass der Täter nie ermittelt werden wird. Unmittelbar nach dem Fund der Leichenteile wird der Mord zu einem großen Thema in den Medien. Allerdings macht er nur zwei Tage lang Schlagzeilen. Am dritten Tag nach dem Leichenfund ereignet sich der Absturz des China Airlines Flug 140 mit 264 Todesopfern. Das Medieninteresse gilt fortan nur noch dem Flugzeugabsturz. Über den Mord an Kawamura wird in der Folge nicht mehr viel berichtet. Elf Monate nach dem Mord finden die Giftgasanschläge auf die U-Bahn in Tokio statt, die von der bereits erwähnten Sekte Omshin-Rikyo begangen werden. Die meisten Polizisten, die an Kawamuras Fall arbeiteten, beschäftigen sich nun mit den Giftgasanschlägen. Der Fall von Kawamura gilt bis heute als nicht geklärt. Es gibt einige Urban Legends betreffend den Inukashira-Fall, wie zum Beispiel, dass ein kopfloser Geist den Park heimsucht und dort Paare in Angst versetzt und dass das Videospiel Shin Megami Tensei den Mord vorhergesagt hätte, da in der Story des Spiels ein Mord an einer Schürerin im Inukashira-Park stattfindet. Was denkt ihr über den Fall? Glaubt ihr, Kawamura könnte mit seinem Doppelgänger verwechselt worden sein oder haltet ihr eine andere Möglichkeit für wahrscheinlicher? Lasst einen Kommentar da, ein Like und denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Bis gleich! 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 Bis gleich!